Guten Tag, mein Name ist Jérôme Luling, und ich lege mir ein gutes Leben. Ich spreche über die Olympische Spiele. Die Olympische Flamme brennt, das ist ein Artikel auf der Internetseite rtl.lu, der Keza Naruhito wird der Olympische Spieler zu Tokio offiziell lanciert. Da fanden er dann noch Fotos. Und hier ist der Grand Ducari mit Lützebeuer Fendel. Wir sind jetzt auch am Moment zu Tokio. Können wir hier schon alles gucken. Oder dann auch nach einer Novellen über den Sport. Was ich sehr gerne verweisen, das ist die Internetseite von der Lützebeuer Equipe. Die Lützebeuer Team Lützebeuer.lu, das ihr Internetseite. Und da fanden er dann Informationen über die Lützebeuer Sportler. Und ganz interessant ist die Rubrik Aktualität. Da fanden er dann News Nummer 19. Und das ist ein flotter PDF. Und da fanden er dann los. Das ist die Komposition des Team Lützebeuer. Die Lützebeuer Sportlerinnen und Sportler. Die Lütze zu Tokio. Mitmachen. Einen Momentchen. Was ist das dann? So. Ah ja. Ja. Also da fanden wir mal bei den Männern. Das ist der Baumstoßer. Das ist der Bob Bertemus. Den hast du nur die E-Stücke hier dabei. Können wir auch ein Video gucken. Und dann der Charles Gretchen. Das ist 1500 Meter. Und dann haben wir für den Velo. Der Kevin gehen jetzt. Das ist der Kurs. Und der Michel Ries. Und bei den Damen haben wir Christine und Gerus. Das ist der dritte Köln dabei. Dann das Encadrement. Michel und Christine. Und dann kommen wir hier Reiden. Das ist dann der Nicola Wagner. Ehrlinger. Auch die E-Stücke hier dabei. Schwommen. Der Raphael Stachioti. Die Naslosche vierte Köln dabei. Können wir auch das Video gucken. Ob Lützebeuer ist. Aber die Damen natürlich meinen. Für die zweite Köln dabei. Für die zweite Köln dabei. Dusch Tennis. Das ist Sarah de Nut. Das ist nur die erste Köln dabei. Und Jan Nyx. Das ist schon für die fünfte Köln dabei. Bauschießen. Der Jeff Henkels. Für die dritte Köln dabei. Und Triathlon. Bei den Männern. Der Stefan Zaha Eos. Ist die Köln dabei. Team Lützebeuer zu Tokio. Dann nun mal nach. Die Leute. Die auch helfen. Ja. Raphael Stachioti. Und. Christine Mageros. Sie drohende Lützebeuer. Fände. 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 Spanningermedal. Oder ein gutes Resultat. Und ihr fand auch Interviewen. Auf Lützebeuer. Auf der Internetseite. Von Team Lützebeuer. Auf Youtube. COSL. Videos. Und. Voilà. Könnt ihr. Die. Mal eine mal gucken. Gucken gehen. Und. Und das waren wir. schon. Nach vielen Meizu-Übungen fand ich auf meiner Internetseite www.exercise.lu Theorie dazu fand ich auf Grammar.lu Die fand ich auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, hier schon Werbentabellen auf Letzebäuer und 170 Witze auf Letzebäuer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwün. Au revoir.